Hallo, ich spiele heute mit vielleicht ein bisschen mit Tink-Tink, mal wieder, zuerst mal wieder, weil ich die erste Hoffnung nicht gemacht habe. Ah, eigentlich habe ich das genutzt, hier zu designen, aber ich kann das nochmal ausprobieren. Ich denke schon einiges, wie man den machen kann, ganz cool. Ich glaube, eigentlich das von eben war ganz cool. Ich glaube, das nehme ich mal wieder. Wieso denn? Da. Quick Play. Ich will jetzt halt rum, ich muss hier so lange überleben wie wirklich. Das wäre ja genial. Geil. Was ist denn eine Waffe? Es ist eine Sekunde, irgendwie ein bisschen lauter. Ich muss mich mal leiser stellen. So, geil. Ist das eine Sprayer-Waffe? Leck mich, ja. Oh, shit. Jawoll. Ich habe sie schon gemacht, sie macht mehr Damage. Oh, ne, wie die mehr Damage macht. Hm. Ich habe mir eben nochmal die Steuerung an. Guck, deswegen ist es wundern, dass ich das hier so flüssig spielen kann. Ich habe sie eben auch einmal angetestet. Zack. Na los. Zack. Wir haben eine Oberfresse haben. Oder um das Milizieren. Jetzt habe ich mal einen. Aber ich soll es wahrscheinlich schlecht in dem Game. Bisher ist es ganz geil. Gemacht. Spray mal nicht so rum hier, Junge. Guck mal. Ich tue mal deine Basis. Ah, mir will Uferfresse. Wieder läuft. Oh, die Waffe will ich haben. Wir schlimm jetzt voll ab. Eine Sekunde. Was ist das denn hier? Was ist das 101? Ich kann eine Sau haben. Ah, Leute. Ich hoffe, diese Maschinenpistole kann man auch nicht mehr nehmen. Wäre ziemlich nice. Na komm. Oh, cool. Ich bin jetzt so gut. Alter, für die Pistole haben wir ja richtig viel Muni. Geil. Ich hoffe, die kann man jetzt doppelt nehmen. Jawohl. Wollte ich mal sagen, wir haben das nicht ganz geil gemacht. Was willst du denn? Pistolenbettel, oder? Können sie nichts tun dagegen, ey? Das schafft jetzt hier nicht los. Ich glaube, ich bin ein Fährt. Okay. Das Lasergewehr von eben. Wo schon? Ich spüre. Moment mal. Jawohl, das geht. Wie fett ist das denn? Rampage. Ich spüre mich aber noch mal dafür lieber auf. Ich schätze mal. Aber erst mal was zu holen. Das ist auch ganz geil. Doppelt besonders. Pfosten. Was ist das denn? Sind die Beide denn? Das ist eine Abbrust von der Seite. Ach, keine Ahnung. Oh, wow. Oh, was schweigt die mit dem Rohr zusammen? Das ist auch lustig. Wo kommen die denn her? Die spawnen einfach mal neben mir Ich bin sicher Oh, Small gibt's hier Alter, was für Sprayer das sind Ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen Ich hatte eigentlich vor einer Runde noch Spielen Ich werde auf jeden Fall noch damit in der Waffe nehmen Wird auch ziemlich lustig Aber da hab ich leider schon angefangen Also wird das einfach nur ein Level Rush Aber dafür können wir die Levels überspringen Wenn das zu blöd wird Das, was ich hier aufnehme, nenne ich einfach Gustav zockt Ich kann daran achten, dass ich jetzt auf alle Das sind zwei Du Sprayer Lass mich Aber da macht es so Au Auch Oh was ein Sprayer Geh mal weg Die Kader die auch nacht Ja ey doppelter Revolver oder was Sag mal gehts noch Na Wolke des Todes Alter Spawns doch nicht einfach neben mir Voll scheiße Da kann er höchst konzentriert Ich denke nicht so still Was ist aber ein Mensch heute Hätte eine bei mir auch gekompiziert Ah das macht keinen Sinn Alter du Sprayer Die lecken mich am Arsch Ich muss nur Spray'n Ich geh mit die Worms Boah das war keine so gute Idee Boah ich bin fast tot Nein Alter Geht um Sprayer Ich geh da mal weg Die Tierarbeiter Obwohl sie wissen Obwohl sie nicht sterben werden Obwohl sie nicht sterben werden Jetzt ist ja alle Neue Ankommen Jetzt müssen alle necesita Ankommen Ich werde gar nicht jetzt kommen. Wieso sind das denn? Ich fand mich richtig verarscht. Das ist doch einfach mal alles wie ich selbe. Der ist einfach nur so. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Boah, geht doch weg. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich das benutze. Alter. Hilfe. Was, oder? Nicht mehr Sinn. Ich wollte die Double Tricks machen. Na, kommt. Ja, da. Gar nicht so schlecht, das. Ich zieh mal ab. Alter, chillt mal eure Basis. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin, glaube ich, ein anderes Gewähr suchen. Du流. Ich habe dieses dicke Mal lasst. Du流. Dua. Ufff Alter Alter Wie ich immer die zuckerische Gaswolkenwaffe hasse Ist echt scheiße Nein, nein, nein Oh, da bin ich gestorben Oh, Mann, geil Na ja Achso, mach ich irgendwas Ah, okay, ich muss irgendwas drücken Na, hab ich mich schon hier eingegeben Submit Score Oh, ist hier ja eh nicht Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir haben das Bandartprojekt Haut rein